Notion startet direkt mit einem Knaller ins neue Jahr, denn der Notion Calendar ist da. Aber was kann dieser Kalender wirklich? Und ist diesmal endlich die heißersehnte Google Calendar Integration mit dabei? Und ist der Hype, den Notion um diesen Launch macht, wirklich gerechtfertigt? Das schauen wir uns in diesem Video an. Und natürlich gebe ich dir immer wieder hilfreiche Tipps zu den neuen Funktionen des Google Calendar und wir schauen uns aber auch gleichzeitig an, was der Kalender eben noch nicht kann. Falls du mich noch nicht kennst. Hi, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Dagmar Wehling, ich bin zertifizierte Notion Beraterin und ich helfe dir durch Notion mehr Struktur in dein Leben zu bekommen und dadurch als Selbstständige oder Selbstständiger mehr Umsatz zu machen und dadurch einfach freier zu sein und dich mit den Dingen zu beschäftigen, die du in dein Leben holen willst. Und jetzt lass uns loslegen mit dem neuen Notion Calendar. Notion hat schon Anfang des letzten Jahres bekannt gegeben, dass sie die Kalender-App Cronen übernommen haben, mitsamt des Gründers und des Teams und dass sie jetzt viel mehr Kalenderfunktionen noch einbauen wollen in Notion dadurch und auch unter anderem eine Google Calendar-Integration in Notion möglich machen wollen. Und dann war lange Funkstille und alle haben sich gewundert, was da hinter den Kulissen passiert. Und jetzt ist es soweit. Ab heute zum Veröffentlichungszeitpunkt des Videos gibt es den neuen Notion Calendar. Wenn du Cron schon verwendet hast, dann werden dir einige Dinge bekannt vorkommen, aber es gibt auch ganz neue Funktionen und ich stelle dir in diesem Video sowohl die alten als auch die neuen Funktionen vor. Was du als erstes wissen musst, ist, dass Notion und Notion Calendar aktuell getrennte Apps sind. Das heißt, du hast einmal die altbekannte Notion App und dann die neue Notion Calendar App, die du dir separat installieren musst. Das gibt es jetzt gerade zum Aufnahmezeitpunkt einmal für Windows und einmal für Apple auf der Desktop-Version. Dann gibt es natürlich auch eine Browser-Version, die betriebssystemunabhängig funktioniert. Und für Mobile gibt es das Ganze einmal im iOS und bald auch für Android. Und um das Ganze jetzt zu nutzen, brauchst du aktuell noch einen Google Calendar-Account. Du kannst dir auch einen Fake-Account sozusagen anlegen bei Google Calendar und das Ganze dann nur mit Notion-Datenbanken nutzen. Das erkläre ich dir dann später. Aber um dich anzumelden in der App selber, brauchst du diesen Google Calendar-Account, kannst dir aber auch mehrere Google Calendar-Accounts dort anzeigen lassen in der App. Und ich würde sagen, das war genug der Vorrede. Jetzt schauen wir uns an, wie die Notion Calendar-App ausschaut. So, willkommen im neuen Google Calendar. Als erstes schauen wir uns mal an, wie du dich hier durch den Calendar durchbewegen kannst, beziehungsweise was diese Bereiche bedeuten. Du hast hier eine Übersicht, die du gleich bekommst, wenn du dich das erste Mal mit deinem Gmail-Account oder Google-Account angemeldet hast. Also das ist der erste Schritt, den du machen musst, aber das ist einmalig und dann bleibst du eingeloggt. Dann hast du hier eine Sidebar mit einem kleinen Kalender, deinen Google-Accounts und den entsprechenden Kalendern hier drin liegen. Das kannst du auch minimieren. Und hier deine Notion-Datenbanken, aber da kommen wir dann später noch dazu. Dann hast du hier eine große Kalenderansicht, die du extrem individualisieren kannst. Das zeige ich dir gleich. Und hier noch einen Infobereich, der allgemein ist, wenn du kein Event ausgewählt hast. Und wenn du hier ein Event oder einen Termin auswählst, dann zeigt er dir die Details von dem Event, die du auch hier direkt bearbeiten kannst. Und hier oben auf Klick auf dein Profil kommst du zu den Einstellungen und zu deinem Profil. Und du kannst dich super schnell durch diese Oberfläche bewegen. Du kannst zum Beispiel, wie du es vielleicht auch von Notion-Datenbanken gewöhnt bist, hier Shift auf der Tastatur halten und dann hier einfach scrollen mit deiner Maus und kannst dich dann hier entsprechend weiter bewegen. und kannst auch hier die Pfeiltasten zum Beispiel verwenden. Also Pfeil vorwärts springt eine Woche nach vorwärts und Pfeil zurück springt eine Woche zurück, wie du es hier siehst. Und wenn du schnell zum heutigen Tag zurückkommen möchtest, dann kannst du auch einfach T drücken. Und dann bin ich jetzt zu der heutigen Tagesansicht beziehungsweise die Wochenansicht, die ich schon vorher ausgewählt hatte, zurückgesprungen. Aber du hast natürlich nicht nur eine Wochenansicht, sondern auch eine Monatsansicht. Die rufst du mit M auf und schon bin ich jetzt in der Monatsansicht, kann ich das auch rückgängig machen, indem ich W drücke. Jetzt bin ich wieder in der Wochenansicht und kann mit den 1, 2, 3 und so weiter, also mit den Nummern auf der Tastatur, mir einen Tag im Detail anschauen oder zwei Tage oder drei Tage oder wieder zurück zur Woche springen. Also das geht super schnell und intuitiv und ist mir von vornherein sehr, sehr positiv aufgefallen. Und genauso schnell und einfach kannst du jetzt einen neuen Termin anlegen. Dafür ist es am einfachsten, finde ich, wenn du mit der Maus hier einfach reingehst an die Stelle, wo der Termin beginnen soll und hier einen Termin mit gedrückter Maustaste aufziehst. Und dann siehst du auch jetzt schon in dieser Infoansicht, wie viel Zeit ich dafür quasi reserviere für diesen Termin und wann das Ganze stattfinden soll. Und jetzt lasse ich einfach los und mein Cursor springt jetzt automatisch in den Titel des Events. Das heißt, ich muss jetzt nur noch tippen und einen Namen eingeben. Und jetzt kann ich auf Enter drücken und bin schon fertig mit diesem Termin. Also das ist einfach super schnell und easy und ist wirklich hier sehr, sehr gut gelungen. Genauso einfach kann ich dann diesen Termin verschieben. Ich könnte den jetzt zum Beispiel einfach darüber legen oder aber auch mehrere Wochen weiterschieben. Also du siehst, ich halte das hier einfach an den Rand und kann das so auch wirklich mehrere Wochen im Voraus gut und schnell einplanen. Was mir auch sofort positiv aufgefallen ist, ist das Menü für Schnellbefehle und die Suche in der App. Die rufst du auf über STRG und K oder COMMAND und K. Genauso wie du das in Notion übrigens auch machst. Und hier kannst du jetzt einfach einen Befehl suchen. Also du musst nicht wissen, wie es genau heißt. Das findet auch zum Beispiel Synonyme. Oder du kannst auch deine Ereignisse, deine Termine hier durchsuchen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will, was gibt es denn sonst noch für hilfreiche Tastaturkürzel, dann tippe ich jetzt hier einfach ein Tastatur und dann sehe ich hier Tastaturkürzel anzeigen und schon zack werden mir hier entsprechend die wichtigsten Tastaturkürzel angezeigt. Und genauso kann ich über diesen Befehl nach einem Termin suchen. Zum Beispiel möchte ich jetzt wissen, wann hatte ich den letzten Sure Fix, den letzten Termin mit meiner Assistentin. Dann kann ich hier einfach eingeben Sure, weil ich weiß, dass das im Titel des Events ist. Und hier wird mir dann vorgeschlagene Ereignisse nach Sure durchsuchen. Da kann ich jetzt draufklicken und dann werden mir hier alle entsprechenden Termine auch in der Vergangenheit ganz übersichtlich und schnell angezeigt. Wenn ich jetzt auf diesen Termin klicke, das ist jetzt der, den ich gesucht habe, dann werden mir hier, wie gesagt, jetzt die Termindetails angezeigt. Und hier sind viele Standardsachen dabei. Natürlich kann ich hier die Uhrzeit bearbeiten, kann den Termin hier zum Beispiel als sich wiederholend einstellen. Da habe ich auch jede Menge Optionen über diese Option Benutzer definiert. Und hier unten kann ich alles einstellen, was mit Erinnerungen und dem Kalender in Google zu tun hat. Aber zwei Sachen gibt es hier, die sehr gut funktionieren, die ich dir noch zeigen möchte. Einmal die Integration mit Zoom. Also du kannst hier wirklich mit einem Klick auf Zoom einen Zoom-Raum erstellen automatisch, wenn du einmal deinen Zoom verbunden hast mit dem Notion-Calendar. Das funktioniert wirklich sehr, sehr schnell. Ist auch inzwischen eine Standardfunktion, aber funktioniert hier besonders schnell und bis jetzt, soweit ich das testen konnte, auch sehr fehlerfrei und problemlos. Und dann kann ich hier auch sofort beitreten. Es sollte mir auch ein Pop-up geben, kurz vor dem Termin. Selbst wenn ich nicht im Kalender bin, ich hier schnell beitreten kann. Und das Zweite, was hier sehr, sehr hilfreich ist, ist, dass du hier Dokumente und Links anhängen kannst. Links ist jetzt nicht besonders überraschend, aber diese Dokumente können aus deinem Notion-Workspace sein, wenn du denn deine Notion-Workspace mit Notion-Calendar verbunden hast. Das heißt, ich kann jetzt hier nach einem bestimmten Dokument suchen. In meinem Fall heißt das SureFix. Und dann brauche ich noch das richtige Datum. Das ist in dem Fall dieses Dokument hier. Und jetzt kann ich das hier mit einem Klick hinzufügen und kann dann mit einem Klick, einem weiteren Klick, eine Einladung senden an die Silke, meine Assistentin, dass sie dieses Dokument dann auch noch vor dem Termin dann entsprechend bekommt und durchliest. Und das ist einfach sehr, sehr smooth, sehr, sehr gut gelöst, dass ich hier mit wenigen Klicks auch dann noch Aktualisierungen senden kann und Dokumente senden kann zu diesem Termin. Ich kann das Ganze hier auch speichern, ohne dass ich nochmal eine E-Mail raussende. Das brauche ich jetzt in dem Fall nicht. Und dann möchte ich dir zeigen, wie du jetzt sehr gut deine Termine abstimmen kannst mit anderen Personen. Und zwar gibt es hier eine sehr, sehr nette Funktion, die heißt Teilnehmer-Overlay. Und sobald jemand eine Gmail-Adresse hat oder vielleicht sogar in deiner G-Suite arbeitet, also in deinem Google-Workspace arbeitet, dann kannst du dieses Overlay aktivieren und dann sehe ich jetzt an diesen roten Kästen, wann die Silke, meine Assistentin, hier nicht kann. Und wohlgemerkt kann ich jetzt nicht in ihren Kalender reinschauen, weil sie mir den nicht freigegeben hat, aber ich sehe trotzdem, welche Termine sie mir hier eingetragen hat oder nicht mir, sondern welche Termine sie einfach selber im Kalender stehen hat. Und das ist sehr, sehr hilfreich, Angenommen, ich brauche jetzt noch einen Termin mit der Silke, um irgendetwas zu besprechen, dann könnte ich jetzt zum Beispiel mal in die nächste Woche schauen und schauen, wann sie da hier Termine hat, also zum Beispiel hier an dem Freitag, sonst schaut es bei ihr jetzt in dem Fall noch gut aus. Und dann kann ich das jetzt hier wieder ausschalten. Also ich weiß, okay, hier Samstag ist nicht gut, aber sonst habe ich deutlich mehr Termine als sie. Und das heißt, ich kann das jetzt wieder ausschalten und einmal auf S drücken auf meiner Tastatur und bin jetzt in die Scheduling oder in die Terminplanungsfunktion gesprungen. Und jetzt kann ich hier Bereiche markieren, die für mich okay wären für ein Meeting mit der Silke. Und jetzt könnte ich zum Beispiel hier diesen Bereich auswählen. Dienstag ist sowieso normalerweise mein Meeting-Tag. Da lassen wir mal eine Lücke. Also ich habe das jetzt einfach mit der Maus hier aufgezogen. Dann könnten wir zum Beispiel hier Mittwoch, Mittwochnachmittag wäre für mich auch okay, so von 14 Uhr bis dahin. Und vielleicht auch noch Donnerstag, da will ich nicht so viele Termine haben, dann mache ich nur hier diesen kleinen Bereich. Und jetzt siehst du, dass es hier schon mir eine E-Mail vorformuliert hat sozusagen. Und automatisch diese Zeitpunkte, die ich hier ausgewählt habe, hier mit eingefügt hat und hier unten einen Link automatisch mit eingefügt hat. Und jetzt kann ich noch Folgendes machen. Angenommen, die Silke ist jetzt gerade gar nicht in Deutschland, sondern die Silke macht gerade eine Vacation in Singapur. Und dann ist es ja super blöd, wenn ich jetzt die Zeitzonen umrechnen muss. Und sie kann mit diesen Zeiten natürlich auch nicht besonders viel anfangen. Und deswegen kann ich jetzt hier noch zwei sehr nette Einstellungen machen. Einmal kann ich hier noch einstellen, wie lange das Meeting dauern soll. Und in dem Fall kann ich sagen, okay, 20 Minuten reichen mir. Und hier kann ich jetzt einfach die Zeitzone ändern. Also das heißt, ich kann jetzt sagen, ich möchte das Ganze aus Singapur haben, also in singapurischer Zeit. Und wähle das aus. Und jetzt hat sich das automatisch hier angepasst. Und ich sehe jetzt hier, oh ja, 21 Uhr bis 23.45 Uhr. Da wird sie wahrscheinlich nicht arbeiten wollen, obwohl sie mich, glaube ich, mag. Aber ich glaube, das ist zu spät. Das heißt, ich könnte jetzt hier entsprechend auch die Zeiten nochmal anpassen und trete ihr nicht auf dem Schlips, indem ich ihr unmögliche Arbeitszeiten versehentlich vorschlage. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach klicken auf diese seitliche Leiste und kann das Ganze hier wieder rauslöschen. Ich könnte das auch hier anpassen. Das ist ein bisschen frickelig gerade noch, weil du da die Leiste treffen musst. Aber in dem Fall möchte ich das jetzt einfach rauslöschen und schlage hier einfach diesen Zeitslot vor und vielleicht noch hier am Freitagmorgen noch einen Zeitslot. Und dann kann ich das Ganze hier einfach diesen Ausschnitt kopieren und entsprechend einfügen in eine E-Mail. Also ich würde jetzt in meinen E-Mail-Client springen und müsste dann wirklich nur noch die Anrede formulieren und Tschüss, Dagmar oder was auch immer dahinter schreiben und habe diese E-Mail eigentlich fertig formuliert. Und das ist schon sehr, sehr praktisch, ist jetzt nichts, was es nicht in anderen Tools auch gibt. Das gibt es ja jetzt zum Beispiel im Google Calendar auch so ähnlich, aber diesen Teil finde ich schon extrem hilfreich. Und dann klicke ich hier einfach auf Erstellen und das Ganze ist jetzt hier auch in meinem Kalender entsprechend blockiert, in meinem Standardkalender. Das heißt, ihr könnt jetzt auch Integrationen logischerweise darauf zugreifen, wie das bei Google Calendar sowieso immer der Fall ist. Und dann, wenn die Silke jetzt diese E-Mail bekommt, dann kann sie hier einfach auf diesen Link klicken und das Ganze öffnet sich dann im Browser. Und wenn du schon mal mit Calendly gearbeitet hast, dann wird dir das Ganze ziemlich bekannt vorkommen. Das ist ein ähnliches Interface. Und hier sieht sie jetzt die möglichen Termine, die für sie zur Auswahl stehen. Hier kann sie nochmal die Zeitzone anpassen, dass es dann auch wirklich ihre Zeit ist. Also in unserem Fall wäre das jetzt wieder Singapur. Und dann könnte sie sich hier entsprechend einen Termin raussuchen, zum Beispiel diesen, und müsste einfach noch ihre E-Mail-Adresse eintragen und würde dann entsprechend eine Terminbestätigung bekommen. Und bei mir würde das Ganze hier dann diese geblockten Zeiten wieder weitergeben und automatisch den Termin eintragen. Und natürlich kann ich das Ganze wieder kombinieren mit der Zoom-Integration, dass ich hier schon entsprechend einen Zoom-Link hinterlege, der dann automatisch dem Termin zugeordnet wird. Was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, ist die Arbeit mit Zeitzonen in dem Google Calendar. Du hast hier die Möglichkeit, beliebig viele Zeitzonen hinzuzufügen. Ich habe hier zum Beispiel schon die Zeit aus Dublin hinzugefügt, weil ich ja zwischen Irland und Deutschland sehr viel hin und her reise. Aber du kannst hier auch noch weitere Zeitzonen hinzufügen, einfach über dieses kleine Plus hier oben und dir dann eine Zeitzone raussuchen. Ich könnte jetzt zum Beispiel noch San Francisco hinzufügen, wenn ich mit dem Notion-Team mich abstimme oder da etwas bespreche. Und dann kann ich die hier auch noch entsprechend benennen. Also ich würde das Ganze jetzt einfach SF nennen und dann wird das Ganze hier hinzugefügt. Also ich habe jetzt hier einfach eine neue Leiste bekommen und sehe dann immer, wie viel Uhr es auch in San Francisco ist. Und wenn du das nicht permanent möchtest, dann gibt es auch eine Möglichkeit und zwar über das STRG und K-Menü, was du schon von vorher kennst, kannst du auch in eine bestimmte Zeitzone reisen. Also wenn du zum Beispiel nur eine Freundin hast, die gerade verreist ist und du möchtest wissen, wie viel Uhr es ist, damit ihr telefonieren könnt, dann könnt ihr jetzt hier, dann kannst du jetzt hier einfach in diese Zeitzone reisen, zum Beispiel Japan, weil das ja doch eine sehr andere Zeit ist. Und dann wird das hier jetzt rot temporär eingefügt mit der aktuellen Uhrzeit hier entsprechend. Und wenn du jetzt Escape drückst, dann kommst du ganz einfach zurück in deine eigene Zeitzone. Und eine weitere hilfreiche Funktion gibt es, wenn du die Desktop-App für Mac oder Windows verwendest. Da hast du nämlich hier unten in deiner Menüleiste einen Notion-Calendar-Eintrag. Und wenn du hier auf STRG und ALT und K bei Windows klickst, dann bekommst du hier deine anstehenden Termine angezeigt. Und hier unter Einstellungen kannst du noch mal ein bisschen feiner einstellen, zum Beispiel wie weit in die Zukunft diese Leiste reicht. Was ich sehr praktisch finde, ist, dass auch wenn du die Notion-Calendar-App zum Beispiel nicht offen hast, du hier zu bestimmten Terminen einfach springen kannst und diese Termine dann hier in der Infoleiste geöffnet werden. Versuch das auf jeden Fall über den Shortcut, weil bei mir hat es über die Einstellungen hier nicht funktioniert, das Ganze anzeigen zu lassen. Also hier, dieser Toggle hat bei mir nichts bewirkt, aber das mag in deiner Version von der App auch schon wieder anders sein. So, das war ja jetzt alles ganz schön und nett, aber jetzt geht's ans Ei, mir machte. Jetzt zeige ich dir nämlich, wie du deine Notion-Datenbanken in den Notion-Kalender einbinden kannst. Bevor du das machen kannst, müssen wir einen vorbereitenden Schritt zusammen machen. Und zwar musst du deinen entsprechenden Notion-Workspace, in dem die Datenbank liegt, die du verbinden willst, mit dem Notion-Kalender verbinden. Das geht über deine Einstellung, also hier über dein Profilbild und dann Einstellungen und hier unten über Notion und dann kannst du hier einen neuen Notion-Workspace hinzufügen und hier siehst du alle Notion-Workspaces, die du schon hinzugefügt hast. Also in meinem Fall ist das jetzt hier einer. Wir klicken jetzt hier aber einmal auf Verbinden und werden dann in den Browser geschickt. Das ist noch das alte Logo, das sollte sich aber geändert haben, wenn du das Ganze dann machst. Das heißt, du klickst hier auf Zugriff zulassen und dann kannst du hier auf Link öffnen klicken, falls das bei dir auch kommt. Und dann bist du wieder zurück. Und ich hatte jetzt in dem Fall schon den Notion-Workspace verbunden. Das heißt, bei mir hat sich jetzt nichts getan, aber bei dir sollte jetzt hier entsprechend dein Workspace-Titel und deine E-Mail-Adresse hier angezeigt sein. Und jetzt können wir loslegen mit dem Datenbank verbinden. Und zwar kannst du hier einmal mit O die Datenbanken aufrufen, die du hier anzeigen lassen kannst in dem Notion-Kalender. Und ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass hier nur Datenbanken angezeigt werden, die eine Kalender- oder Zeitleistenansicht in Notion in der Original-Datenbank haben. Also ich zeige dir mal, was ich damit genau meine. Ich habe jetzt hier schon eine entsprechende Datenbank vorbereitet. Diese Datenbank ist aus meinem Solopreneur-Workspace übrigens. Also wenn du dich als Selbstständiger besser organisieren möchtest, dann kannst du dir hier gerne meinen Solopreneur-Workspace holen. Alle Infos findest du unten in der Videobeschreibung. Und ich habe jetzt hier einfach meine Datenbanken geöffnet. Und dann habe ich jetzt hier eine Aufgabendatenbank. Die habe ich schnell umbenannt, dass ich hier nicht durcheinander komme. Und normalerweise gibt es jetzt hier nur eine Admin-Ansicht. Und so würde das Ganze jetzt nicht im Google Calendar angezeigt werden. Also es ist wichtig, dass du dir eine neue Ansicht anlegst, die ein Kalender-Layout oder ein Zeitleisten-Layout hat. Ich zeige dir kurz, wie das geht. Du klickst einmal hier auf das Plus und dann klickst du hier entweder auf Zeitleiste oder Kalender hier in diesem neuen Fenster. Und dann kannst du auch schon hier auf Fertig klicken und dann entsprechend rausgehen. Ich lösche das Ganze jetzt wieder, weil ich habe hier ja schon zwei verschiedene Ansichten drin. Aber es ist eben wichtig, dass das hier in der Original-Datenbank ist und nicht in einer verlinkten Ansicht. Weil normalerweise arbeite ich nicht in diesen Original-Datenbanken, sondern habe nur verlinkte Ansichten auf meine Daten, die dann auf anderen Notion-Seiten liegen. Also eine verlinkte Ansicht kann auf jeder beliebigen Seite in deiner Datenbank liegen. Wenn du nicht weißt, was das ist, werde ich dir hier auch ein Tutorial dazu verlinken. Also hier zum Beispiel ist diese Aufgaben-Datenbank auch mehrfach eingebunden in diese Seite. Du siehst es, die heißt Aufgaben-Demo. Aber wir brauchen, wie gesagt, die Original-Datenbank. Und wenn du das dann angelegt hast, hier eine von diesen Ansichten, du musst nicht unbedingt zwei anlegen, wie ich das gemacht habe, dann kannst du zurückgehen in den Google Calendar und dann sollte dir hier, wenn du O drückst auf deine Tastatur, den Shortcut O, hier diese Datenbank entsprechend angezeigt werden. Du kannst hier natürlich auch nochmal suchen, dass sich diese Liste entsprechend noch verkürzt, falls hier zu viele Datenbanken drin liegen. Und jetzt kann ich hier draufklicken und wenn ich jetzt mehrere Ansichten in dieser Original-Datenbank drin liegen habe, die sich eignen für den Google Calendar, dann werden die mir hier auch mit Titel vorgeschlagen. Das heißt, ich kann jetzt hier nochmal auswählen, möchte ich gerne die Timeline-Ansicht oder die Calendar-Ansicht. Und das kannst du auch nutzen, indem du unterschiedliche Filter in die Ansichten reinsetzt, also diese Ansichten unterschiedlich filterst, zum Beispiel diese und diese hier. Und dann hast du unterschiedliche Ansichten, sozusagen auch in deinem Google Calendar drin. Ich klicke jetzt hier mal raus, weil ich diesen Schritt schon gemacht habe. Also du müsstest jetzt einfach nur eine Ansicht auswählen und dann, wenn du das gemacht hast, dann wird hier unten in der Sidebar diese Datenbank entsprechend hinzugefügt. Du siehst jetzt hier, gibt es schon eine Datenbank-Aufgaben-Demo und du kannst jetzt hier die Inhalte dieser Datenbank, die Seiten an- und austoggeln. Also das heißt, du siehst, diese Dinge, die hier oben drin liegen, das sind die Aufgaben, die für heute in meiner Aufgaben-Demo-Datenbank liegen. Also wenn wir mal schauen, das sind hier diese sechs Aufgaben und die liegen auch hier für heute in meiner Aufgaben-Demo-Datenbank drin. Und das ist wunderbar, weil das bedeutet, dass du jetzt das erste Mal in Notion deine Termine und deine Aufgaben an einem Ort sehen kannst, ohne dass du jetzt eine Integration von einem Drittdienstleister bemühen musst. Und jetzt kannst du damit in deinem Notion-Calendar arbeiten. Die erste Möglichkeit, die sich jetzt daraus ergibt, ist, dass du hier jetzt Time-Blocking betreiben kannst, wenn du diese Methode anwendest bei dir im Alltag. Und zwar können wir jetzt hier einfach mal uns nur heute anschauen, indem wir die 1 drücken. Hier haben wir jetzt einen besseren Überblick über diese Aufgaben und dieses Test-Event können wir jetzt einfach mal hier weglöschen. Und jetzt könnte ich mir überlegen, wie ich diese Aufgaben auf heute verteilen möchte. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, als erstes möchte ich den Solopreneur-Workspace installieren. Das mache ich jetzt gleich nach dem Video. Ich kann das hier dann entsprechend anpassen, also kann auch wirklich einen ganz kleinen Zeitslot für irgendwas einrichten hier. und dann möchte ich das Ganze als Startseite einrichten. Das dauert auch nur sehr kurz. Dafür reicht mir eine Viertelstunde. Und dann möchte ich zum Beispiel das Modul Willkommen in dem dazu ausgelieferten Kurs zu dem Solopreneur-Workspace anschauen, dass ich weiß, wie ich mich da zurecht finde. So, dafür brauche ich ein bisschen länger. Da planen wir mal eine Dreiviertelstunde ein. So, und wenn ich jetzt zurückgehe nach Notion in meine Datenbank, dann wirst du gleich sehen, es hat jetzt hier diese Änderungen entsprechend übernommen. Du siehst jetzt hier diese kleinen Uhrzeiten. Hier haben wir jetzt eine Uhrzeit dazu, die vorher noch nicht da war. Das heißt, diese zwei Apps synken sich automatisch. Du musst nicht Anpassungen in beiden Apps übernehmen, sondern gerade was Uhrzeiten anstellt, ist jetzt der Notion-Calendar viel, viel schneller und einfacher zu bedienen als die Notion-App. Das heißt, wenn du Time-Blocking betreibst, dann würde ich dir jetzt wirklich den Notion-Calendar wärmstens ans Herz legen, weil du hier ganz schnell und einfach deine Aufgaben auf den Tag verteilen kannst. Die zweite Möglichkeit, die sich daraus ergibt, ist, dass du jetzt mehrere Datenbanken mit Terminen an einem einzigen Ort sehen kannst. Dafür können wir uns noch eine zweite Datenbank anschauen, die ich hier mit reingebracht habe und zwar die Content-Produktion. Wir springen jetzt mal zurück in meine Wochenansicht und hier siehst du jetzt ein Item, was in dieser Content-Produktions-Datenbank liegt, nämlich hier mein Video, was ich gerne morgen zum Launch-Tag von dem Notion-Calendar rausbringen möchte. Und das ist einfach sehr, sehr praktisch, zum Beispiel, wenn du wie ich Content produzierst, aber auch, wenn du vielleicht andere Aufgaben hast, die schon immer in unterschiedlichen Notion-Datenbanken lagen und wo es einfach keinen Sinn gemacht hat, die in eine zentrale Aufgabendatenbank reinzuspielen, die ich dir nach wie vor auf jeden Fall empfehlen würde. Aber jetzt hast du wirklich eine Möglichkeit, alle diese Dinge an einem Ort zu sehen und das war in Notion vorher nicht möglich. Und die dritte Möglichkeit, die sich jetzt daraus ergibt, ist, dass du basierend auf deinen Terminen am Tag ganz schnell und einfach Aufgaben erstellen kannst, die dann in der richtigen Notion-Datenbank landen. Dafür musst du einmal hier die Datenbank markieren, wo die Aufgabe drin landen soll und dann erstellst du das Ganze wie einen Termin, was ich dir schon am Anfang gezeigt habe. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel eine neue Aufgabe erstellen, gebe das hier einfach ganz schnell ein, drücke auf Enter und habe dann auch gleich die Möglichkeit, das Ganze in Notion zu öffnen. Ich klicke hier jetzt auf diesen Link und bin dann sofort in Notion. Das Ganze öffnet sich jetzt hier in einem neuen Notion-Fenster, was ich jetzt hier reinhole. Und wenn du jetzt hier das kurz anguckst, es hat mir jetzt hier einfach eine neue Seite in der Aufgaben-Demo-Datenbank erstellt. Hier ist die neue Aufgabe, sie hat die korrekte Zeit und es ist sogar ein Template, was ich hier als Standard-Template zugewiesen habe, schon angewandt worden. Also der Notion-Calendar berücksichtigt Templates, die als Standard eingestellt worden sind. Hier oben kannst du das übrigens umstellen. Hier, das ist das Template, was ich hier verwende und das habe ich hier als Standard festgelegt. Und das ist sehr, sehr praktisch, gerade wenn du viele Termine an einem Tag hast. So, jetzt habe ich sehr viel geschwärmt über die Notion-Calendar-App und was sie schon alles kann. Jetzt kommen wir mal zu den kritischen Punkten. Was kann diese App noch nicht? Und da gibt es gleich den größten Haken vorweg. Diese App ist noch keine echte Notion-Calendar-Integration in Notion. So, wie ich mir das zumindest gewünscht hätte, denn ich würde mir nach wie vor wünschen, dass ich meine Termine in der Notion-App sehen kann. Und zwar nicht in einer separaten App, die eigentlich eine Kalender-App, sondern wirklich in meinen Datenbankansichten in Notion. Und da geht es dir vielleicht ähnlich. Und genau das ist eben mit diesem Update noch nicht möglich. Da müssen wir uns leider weiter gedulden. Der zweite Punkt ist, aktuell gibt es nur eine Integration von Google Calendar in die Notion-Calendar-App, aber keine weiteren Tools, wie zum Beispiel Outlook oder Apple Mail. Das soll sich ändern. Zukünftig soll es das alles geben. Aber auch da gibt es bis jetzt kein Launch-Datum. Also da musst du dich leider auch weiter gedulden, falls du einen anderen Service außer Google Mail verwendest. Und der dritte kritische Punkt, den ich sehe, ist, dass leider auch dieses neue Update keine Verbesserung bringt, was die wiederkehrenden Aufgaben angeht. Denn wir haben jetzt inzwischen eine sehr gute Lösung, was wiederkehrende projektbezogene Aufgaben angeht. Da können die Buttons sehr gut helfen. Und wenn du wissen willst, wie, dann schau dir mal das Video hier oben an. Das werde ich dir verlinken. Aber wenn es um regelmäßige Aufgaben geht, wie zum Beispiel den Wocheneinkauf oder eine bestimmte finanzielle Aufgabe, die du jede Woche machen musst oder solche Dinge, da gibt es immer noch in Notion nur sehr sperrige Workarounds und keine wirklich elegante und simple Lösung, wie für viele andere Dinge, die wir jetzt heute in der Notion-Calendar-App schon gesehen haben. Und auch da hoffe ich, dass das Notion-Team nachbessert. Alle drei Punkte sind in der Vorab-Version, die wir als Ambassadors bekommen haben, angesprochen worden. Und das Notion-Team hat ganz offen gesagt, dass sie die Vision haben, diese Punkte zu ändern. Also das Notion-Team hat diese Punkte auf dem Schirm und arbeitet darauf hin. Meine Vermutung ist, ehrlich gesagt, dass das aufgrund dieser wahnsinnig flexiblen Struktur von Notion sehr, sehr schwer umzusetzen ist, ohne dass es wirklich zu großen Bugs und vielleicht auch sogar Datenverlust kommen kann. Also ich nehme mal an, dass es gute Gründe gibt, warum Notion mit diesen Funktionen so lange wartet, weil sie ja auch wissen, dass sie sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil verpassen können, wenn sie diese Funktionen umsetzen. Aber leider, leider, leider müssen wir weiter auf diese Funktionen warten. Wenn du sofort Bescheid wissen willst, wenn diese Funktionen live gehen und das Warten endlich ein Ende hat, dann trag dich doch in meine E-Mail-Liste ein. Die findest du auf meiner Webseite unter darkmamealing.de slash newsletter und als Dankeschön bekommst du auch noch meinen kostenlosen Aufgabenplaner für Notion dazu, mit dem du mehr Struktur in deinen Alltag reinbekommst und damit sowohl deinen Umsatz als auch deine Freiheit als Selbstständige oder Selbstständiger steigern kannst. Und jetzt bedanke ich mich wie immer, dass du bis zum Ende zugeschaut hast und wünsche dir auch wie immer einen wunderbaren Tag.